Hallo und herzlich willkommen im Opel Autohaus Sessner in Ochsenfurt. Ja, ich möchte Ihnen heute etwas ganz besonderes vorstellen, nämlich den neuen Mokka. Der neue Mokka kommt jetzt in die zweite Generation und Opel hat hier keine alte Schraube verwendet. Das Auto ist komplett neu entwickelt. Ganz besonders stolz ist Opel hier auf das neue Opel Familiengesicht, beim Mokka zum ersten Mal zu sehen, den sogenannten Opel Visor. Dieser Opel Visor werden Sie auch die nächsten ein, zwei, drei Jahre bei anderen Produkten von Opel sehen. Das sind schon einige in Vorbereitung. Ich habe die auch schon live gesehen. Da können wir uns wirklich drauf freuen. Aber jetzt noch mal zurück zu dem Opel Mokka. Wie gesagt, dieser Opel Mokka hat heute Weltpremiere und ist exklusiv auch bei uns ab heute schon bestellbar. Und natürlich wie gewohnt von Opel mit ganz tollen Benzinern. Es fängt an bei 100 PS. Es gibt auch 130 PS, die sehr sparsam sind. Es gibt natürlich auch nach wie vor einen Diesel mit neuester Abgastechnik und Euro 6. Und wir haben, und da sind wir ganz besonders stolz darauf, gleich von Anfang an auch einen Elektromotor in dem neuen Opel Mokka mit bis zu 320 Kilometer Reichweite. Und es ist tatsächlich so, ich bin da mit dem kleinen Bruder von Mokka schon gefahren. Da bin ich schon bis zu 350 Kilometer gefahren und das ist die gleiche Technik. Und das kann man auch wirklich fahren mit dem Auto. Der neue Opel Mokka, ab sofort bestellbar im Autohaus Cessna, hier in der Würzburger Straße 45 in Ochsenfurt. Denn willst du ein gutes Auto kaufen, musst unbedingt zum Opel Cessna laufen. und das wird natürlich nicht so, dass Ihr intruder cable und für Ziele Took auf Vielen Dank.